Nach genau 3056 Kilometern ist es passiert. Ich bin mit meiner Super SoCo TC liegen geblieben und seitdem geht gar nichts mehr. Was sich genau hinter diesem Fehler verbirgt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen im Ingenieursblog. Ja, jetzt hat es mich tatsächlich erwischt. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, wollte gerade ein bisschen Gas geben und habe gemerkt, es tut sich genau gar nichts mehr. Also bin ich einmal rechts rangefahren und habe geschaut, was passiert ist. Auf dem Display hat sich jetzt ein Fehlercode breitgemacht und zwar ist das der Fehler 96. Dieser wird in der Bedienungsanleitung relativ gut beschrieben. Da steht nämlich dazu, Fehler in der Steuerung des Hallsensors. Das ist jetzt genau dieser Hallsensor. Der Hallsensor ist nichts anderes als ein kleiner Sensor, der im Hinterrad sitzt, genauer gesagt in der Radnabe, und der dem Motor Controller mitteilt, in welcher Position sich das Hinterrad relativ zur Radnabe befindet. Diese Positionsbestimmung ist wichtig, damit der Controller weiß, in welchem Moment er die Motorspulen bestrummen muss. Wenn er im falschen Moment Strom gibt, würde sich das Hinterrad zum Beispiel gar nicht drehen oder es würde ruckeln. Also diese Positionsbestimmung ist essentiell wichtig dafür, dass die Motorregelung funktioniert. Wenn dieser Sensor ausfällt, ist die Rensequenz, dass euer Motorcontroller euren Motor nicht mehr steuern kann. Man kann diesen Fehler jetzt auf drei verschiedene Ursachen zurückführen. Die Ursache Nummer 1 ist einfach ein loser Steckverbinder zwischen dem Controller und dem Motorkabelbaum. Wenn da die Verbindung nicht mehr passt, kann der Motorcontroller nicht mehr das Signal des Hallsensors abgreifen und zeigt diesen Fehlercode an. Möglichkeit Nummer 2 ist ähnlich, einfach dass dieser gleiche Fehler nur im Motorkabelbaum auftaucht. Das heißt, irgendwo im Motorkabelbaum ist ein Kabelbruch, dadurch kann der Motorkontroller nicht mehr die Werte vom Sensor auslesen und dadurch gibt es das bekannte Problem mit dem Fehler 96. Die letzte Möglichkeit ist jetzt die, bei der ich hoffe, dass es bei mir nicht zutrifft, nämlich dass wirklich der Hallsensor, der im Motor steckt, defekt ist. Um diesen Fehler zu beheben, müsste man tatsächlich den kompletten Motor ausbauen, damit auch das ganze Hinterrad zerlegen, den Hallsensor tauschen, wieder zusammenbauen, den Motor wieder einbauen und das Ganze wäre wieder funktionsfähig. Sehr, sehr viel Aufwand. Ich hoffe wirklich, das bleibt mir erspart. Was es jetzt aber genau ist, das sehen wir nur, wenn wir ans Fahrzeug gehen und genau das machen wir jetzt. Als erstes versuchen wir diesen Fehler noch einmal zu reproduzieren. Dazu gebe ich Gas und man sieht schon, es ruckelt kurz und der Fehler wird angezeigt. Ich gehe nochmal vom Gas runter, gebe noch einmal Gas und der Fehler erscheint erneut. Das Ganze lässt sich jetzt beliebig oft wiederholen, deswegen werde ich jetzt als erstes den Motorcontroller einmal von der SuperSoco trennen und nachschauen, ob der Steckverbinder vielleicht einfach nur beschädigt ist oder vielleicht nicht mehr ordentlich draufsteckt. Um den Motorcontroller zu entfernen, benötigen wir ein Torx 30H-Bit. Das ist ein ganz normales Torx 30-Bit, in dem noch ein zentrales Loch versenkt ist. Dieses Loch wird benötigt, weil die Schrauben dafür einen entsprechenden Stift an dieser Stelle haben. Jetzt können wir die Schrauben lösen und danach den Controller vorsichtig nach vorne klappen. Vorsichtig deshalb, weil der Controller ab jetzt nur noch von den Kabeln selbst gehalten wird und wir da keine Überlastung stattfinden lassen wollen, müssen wir mit der Hand gegenhalten. Als nächstes habe ich jetzt diesen weißen Stecker entfernt. Dafür muss man mit Daumen und Zeigefinger beide Arretiernasen eindrücken, dann lässt sich dieser Stecker relativ leicht abziehen. Der Controller lässt sich in diesem Moment weiter nach vorne klappen und man kann sich den zweiten Stecker, der in diesem Hohlraum zu finden ist, herausziehen und ebenfalls einmal auseinanderziehen, um zu überprüfen, ob der Sitz richtig ist und ob er zumindest später beim Zusammenbauen wieder richtig einrastet. Auch hier muss zunächst auf eine Haltenase gedrückt werden, bevor sich dieser Stecker zerlegen lässt. Achtet da bitte darauf, damit kann man den Stecker ziemlich leicht kaputt machen. Beim Wiederzusammenstecken, wie gesagt, bitte darauf achten, dass es schön einrastet, das hört man wirklich, das klickt und dann kann man diesen Stecker wieder zurück in den Hohlraum schieben und den Hauptstecker auf den Controller aufschieben. Dieser Hauptstecker hat eine Dichtung, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, diesen aufzustecken. Auch hier wirklich wieder darauf achten, dass man es zweimal klicken hört, einmal pro Nase, also rechts und links, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er richtig eingerastet ist. Bei mir vermute ich, dass eine der beiden Haltenasen nicht richtig gegriffen hat und deswegen sporadisch einfach der Kontakt zum Hohl-Sensor abgebrochen ist. Jetzt müssen wir nur noch den Motocontroller wieder mit den drei Torx 30H-Schrauben befestigen, dann können wir schauen, ob dieses An-Abstecken der Steckverbindungen innerhalb des Hohlraums etwas gebracht hat. Und wie ihr das vielleicht schon vermutet habt, die Antwort lautet in diesem Fall ja. Ich bin seitdem schon über 20 Kilometer gefahren und hatte diesen Fehler seitdem nicht mehr. Ich hoffe, dass es tatsächlich dabei geblieben ist, ich hoffe wirklich, dass es diese Steckverbindung war, die einfach nicht sauber arretiert war und sich im Laufe der Zeit losvibriert hat. Um ehrlich zu sein, wusste ich selbst bei der Anmoderation dieses Videos noch nicht, dass es so leicht wäre, diesen Fehler zu beheben. Es hätte ja, wie ich schon angekündigt habe, auch deutlich komplizierter werden können, bis hin zum Ausbau des Motors. Jetzt interessiert mich natürlich noch eure Geschichte mit eurer Supersoco. Hattet ihr schon Fehler? Hattet ihr schon Fehlercodes? Ich lese in verschiedenen Foren ab und zu mal durch und habe schon den ein oder anderen Fehlercode gelesen, von wegen, dass der Gasgriff nicht funktioniert und dass das Batteriemanagement-System Fehlercodes ausgibt, von denen ich bisher noch überhaupt nicht berührt wurde. Meinen persönlichen Fehlercode, den Fehlercode 96, habe ich zum Beispiel noch nirgendwo gefunden. Deswegen scheint es tatsächlich ein Einzelfall gewesen zu sein. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinungen in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und weitere Videos von mir findet ihr auf der rechten Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.